so willkommen zurück auf meinem youtube kanal und ja was soll ich euch sagen es sind zwei leute aus meinem clan einmal ein t95 ein e75 und ich habe das ganze selber noch nicht gesehen habe nur ein replay zugeschickt bekommen wo die rechte flog gefällt schon nur abgefackelt es gibt auch drei artis wo spult mal zurück das war ein amerik 1800 der der gegnerische e 75 meint er kann sich mit dem t95 anlegen und bleibt einfach stehen und dass das keine gute idee ist sich mit einem t95 anzulegen sollte man eigentlich wissen wenn ich nicht wenn er hier an so einem felsen steht wo man nicht umfahren kann das ist natürlich ganz schön blöd und amoreg wo die zwei jungs haben die komplette ecke hier eigentlich so mehr oder weniger alleine gehalten kann man sagen und da waren dicke panzer dabei jetzt hält natürlich die arti hier voll rein und ein bisschen dauern bis die t95 ankommt jetzt weiß ich ob der den da oben noch kriegt naja war trotzdem eine lustige runde wir sehen uns bei den stats so hier sind wir bei den stats es gab high caliber also großkaliber dann gemastert das ding t54 ja das war auf jeden fall eine heftige runde kann man sagen nach der match platz 1 ja und auch nach der erfahrung platz 1 red supreme t110 e5 hatten die auf jeden fall lustige runde ja coole sache ja ich würde mich freuen wenn ihr hier meinen kanal abonniert auch meinen kraft sport kanal abonniert und bewirbt euch für meinen clan ein tier 10 panzer ist voraussetzung die links sind in der beschreibung wir sehen uns bis dann